Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu euch zu Sendays to Die mit mir, den Karin in der Borsau. Und, äh, ich bin zu Hause angekommen und, äh, jetzt müssen wir erstmal die ganzen Krempel unten einladen. Und ich muss mir erstmal ein bisschen eine kleine Eindruck gönnen. Oder besser gesagt, zwei, dreier. Eigentlich sind es drei. Jetzt sind es nur noch zwei. Aber das müssen wir erstmal produzieren. Ähm, aber ich müsste alle da haben. Glaub ich. Schauen wir mal. Aber erstmal muss ich hier die ganzen Stuff, äh, so weit drin sortieren. Ja, ich hab's mitgekriegt. Sortieren? Du schmeißt bloß in. So. Ah, wie geht's? Ups, da. Da ist er. Äh, die wollte ich mal drunter nehmen. Dann kann ich das jetzt machen. Nee, kann ich nicht. Dann mach ich das danach. Oh, nee. Äh, ich muss das ja dann... Der muss runter, weil das Ding muss ja... Hä, äh, äh, warum kann ich das jetzt nicht mit runternehmen? Bist du beschädigt? Ach, deswegen konnte ich das... Ach, ich, Idiot. Naja, gut, warte mal. Kann ich das nochmal abbrechen? Du kannst alles, was du willst. So, jetzt müsste ich eigentlich gehen. Sag ich doch. Suche den Fehler und finde ihn und schalte ihn aus. Ausgeschaltet. Ihr macht das schon. Ihr seid, äh... Dream Team. So, äh... Jut, das kommt denn da hin. Und... Weiter geht's. In Cannes. Kann er das oder kann er das nicht? Ich wies nicht. Wie wär's rausgehen? So, ähm... Ich hab da jetzt schon... Ach so, ich brauch das ja... Ich lass den erstmal durchziehen. So, zwei hab ich schon mal. Daraus machen wir immer das. Und immer das. Genau. So, jetzt brauch ich Bandagen. Ich woll mich doch verarschen. Wo hab ich meine Bandagen? Das wies ich doch jetzt nicht mehr. Wer soll ich denn das wissen? So, können wir gleich mal nachher mehr Alkohol herstellen. Das ist ja ein Ding der Unmöglichkeit. Wo ist denn jetzt am wenigsten drin? Hier ist es am wenigsten drin. Könnt ihr den mal wegmachen? Oder ist das hier, äh... Ein Kuschelzoo oder was? Oder wie? Was ist denn hier los? Hallo. Alter, bloß nicht überziehen. Nee, ausschießen da. Mach mal so, dass es geht, ja? Hier ist eine ruhige Gegend. Nee, ihr müsst nach vorne kommen. Party, Leute. Party. Party. Jetzt ist das Messer. Halten. Ich sollte grad sagen. So hieet das aber nicht. Ich muss besser flutschen, muss das. Flutschen. Wie ein Flutschfinger. Oh, könnte ich jetzt auch hier brauchen? Oh, ich könnte jetzt wirklich ein Eis hier brauchen. So, richtig schönes Soft-Eis. Oh, das wäre jetzt lecker. Der Kabin ist gerettet. Alles in Ordnung. Alles gut. Altschnigge. Knigge. Jetzt warte ich mal hier. Darf ein paar mehr machen. Damit infiziert mich eigentlich sehr, sehr gut. Gut. Glas wollte ich. Glas herstellen für noch mehr. Alle holen. Theoretisch, das ist doch schon Glas. Also noch glasier geht es da gar nicht. Das ist so Glas, das ist Vollglas. Das ist so glasig gesedelt. Ich bin mir aber sicher, dass ich ins Inventar geschmissen habe. Das wollte ich jetzt ganz in Ruhe sagen. Und dann nehme ich das wieder raus, weil da ist ja ja kein Leben drin. Genau. Und davon lebe ich ja. Hier, Sand gibt es immer. Nice. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. So, ich brauche jetzt aber auch, äh, kann ich mir denn schon eine Torred herstellen? Also schrutzenmäßig. Letztes Mal war es ja nicht möglich. Äh. Jetzt wollte ich gerade eine Torred einnehmen. Ein Geschütztom. Aber ich sehe wieder meine Tastatur. On point. Was fehlt mir denn jetzt da noch? Ich bin mir ganz sicher, dass wir, äh, noch was hatten zu Hause. Rins, wir fehlen noch vier, äh, sechs Punkte. Ich bin mir ganz sicher. Äh. Nein, ich wollte jetzt nicht Uschi einnehmen. Das würde mir nie passieren. Ich kann die mir bauen? Nee, mu-mu-mu-moment mal. Kann ich nicht. Ich hätte jetzt fast schon mal damit angefangen. Fang doch damit nicht an. So, wie gesagt. Das ist eine Mache. Jetzt machen wir erstmal meine Karre leer. Nee, erstmal machen wir das leer. Genau. Das ist ein guter Plan. Also, ich taue das als Plan. Es ist kein Plan. Das ist einfach bloß eine Entmüllung. Eine Entmüllung. Bitte. Gang drei. Und da das bis jetzt noch hierin gepasst hat, ist das voll korrekt. Ich pack das jetzt hier unten hin. Ihr habt's hier sehen. Ja, ja. Die Zeit wird irgendwann mal kommen. Irgendwann. Aber sie ist nicht heute. Und auch nicht morgen. Aber irgendwann. Ach nee, ich wollte ja auch Repair-Kits bauen. Alles nochmal zurück. Sag mal. Ist das alles von der Schmiede da drin? Mehr ist nicht mehr drin? Ja, sonst hätte ich ja mehr in der Hand. Das macht schon Sinn, dass das nicht mehr ist. Ich habe ja halt den Stahl investiert. Ah, gut. Ach nee, ich habe ja oben auch bloß noch Stahl drin. Denne mache. Na toll. Das ist ja mal spitze. Da freue ich mich doch richtig. Ja, ich mache das da. Gut, dann musst du da erstmal wieder hier. Da drin. Ich sehe gerade Messing. Habe ich da ein bisschen. Hier jetzt. Ach so. Ich wollte mir... Ich wollte nicht. Ich habe mich gewundert, warum das nicht funktioniert. Ohne Brennzonder funktioniert das nicht, Karbin. Ohne Brennzonder geht das nicht. Da musst du Feuerhund drin schmeißen. Dann ist es okay. Dann geht es da. Siehst du? Alles fein. Und das auch. Dann geht es schon mal ein bisschen schön modifieren. Ähm. Ihr könnt ja jetzt eigentlich schon mal in der Zwischenzeit die Brücke bei uns ein bisschen weiter aufwerten. weil wir haben jetzt so 1-2-Stahl in der Tasche. Ob wir das eigentlich für die Uschi bräuchten. Aber das ist ja noch nicht so weit. Habt ihr ja gesehen? Da könnte noch sein, dass da 1-2-Sie-Kündchen ins Land ziehen. Also machen wir mal. Das war das, was wir können. Nichts. Ähm. Ich hatte da noch. Ich hab's doch vorhin rausgenommen. Die Kabin sucht schon wieder Cobblestone. Cobblestone und, äh, Mischung. Da sind die... Ja, da ist sie doch. Das muss hochverkauft werden, Alter. Ich hab hier Cash ohne Ende. Alles so verteilt. Quasi wie ein Hamster. Ich horte Kohle. Ist doch geil, oder? Übrigens, da ist... Äh, siehst du, den kann ich gleich mal rausnehmen. Wo war das? Da sieben Stück. Das ist ja noch nicht mal fertig. Noch nicht. Dann liegt das Holz auch nochmal raus. Hä? Also, hä? Ist das etwa ein... Oh, siehst du, ich wollte meine Karre noch leer machen. Es könnte sein, dass es da drin ist. Weil, wie gesagt, ich bin ja auch mit jedem... Shit bin ich losgerannt. Na, den kicken wir doch nach. Ich muss doch so oder so nach draußen. Long, 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 long. Ich geh jetzt in die... ...Darknis. Da ist der da schon mal, was ich gesucht hab. Aber der andere so... So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so. Das sehe ich jetzt nicht. Ich muss rin. Da ist was groß ist. Was groß ist, was getötet werden muss. Vor den großen brennenden... Genau. Warten Sie mal. Alte modische Art und Weise. Groß, aber tot. Sag mal, äh... Ich bin mir ganz sicher, dass ich nur was gesehen habe. Zum Glück kann ich den cutten. Aber ich sehe den wirklich nicht. Na ja, gut. Da seid ihr ja gewohnt. Einschmelzen. Das muss ich auch rausholen. Was ich das irgendwann mal mache. Jetzt ist das Spaß, weil ich muss... Ich habe so viele, was ich machen will, aber ich... Ich komme mal wieder zu nichts. Ich... Das kann doch nicht sein. Was ist der Dreck? Da ist er doch. Findet sich doch alles. Es findet sich doch alles an. Und habt euch mal nicht so. Dauert mir ein bisschen zu lange. So, wir gehen jetzt wieder raus. Sprengenderweise muss ich da Sachen machen. Reparieren. Und ich... Ach du Kacke. Äh. Ding, 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 ding. Natürlich habe ich den Hammerweller nicht mehr bei... Ich hasse dit. Ja, siehst du, die ist auch schon am Schnaufen, Alter. Was macht denn der hier? 20.000 Mal hoch runterlaufen. Nur weil er den Hammerweller verjessen hat. Den er jetzt natürlich wieder suchen muss. Und ich meinte nicht den Hammer. Ich muss den ja nicht suchen. So, da ist er, Willa. Und er hat den Hammer in der Hand. Und brüht sich schon im Wunderland. Äh, what? Muss vorsichtig sein. Das Schöne ist... Nicht, dass ich jetzt das stöhntut, sondern, äh... Ich habe ja keine Blöcke mehr bei. Weil ich kann mich erinnern, genau, da war nämlich ein Loch. Warte mal, ich werde mal das gleich hier komplett fertig machen. Da ist noch ein Kreuzer. So, und jetzt. Äh, weiß ich, wo ich noch fährt muss. Warte, sind wir ein gutes Zeichen. Oh, da ist aber eine Fliege kaputt noch. Ah, gut, dann kann ich das gleich so lassen. Geht doch. Na gut, das spielt jetzt doch erstmal kein weiter, oder? Wie eingang, dat ist, äh, dat... ...ware. Dann sollte ich erstmal das wirklich machen hier. Das muss ja in Macht werden, ne? Und so arbeiten wir uns sicherheitstechnischerweise immer weiter voran. Und da brauchen wir nächstes Mal bloß noch mit Stahl... Ne, wir müssen ja noch eine Stufe aufwerten. Eine Stufe hebt das ja noch. Aber das geht. So, jetzt muss ich dann bloß noch unten aufwerten. So, die andere Seite. Ah, mit einer nahen Pistole werdet alles so viel einfahren. So, und das nächste Waffe, was wir machen, ist die Base untenrum. Und dann hier kommt ja auch noch... Ah, wie gesagt. Wir machen den so schwer wie möglich. Und da die erst vorne angreifen, glaube ich, machen wir auch hier vorne erst. Die Wände, wisst ihr nicht. Weil hinten haben sie nicht angegriffen, die greifen nur vorne an erstmal. Und ich mache auch die Höhe. Das wird ja mal langsam sein. Auf jeden Fall müssen wir dann auch wieder ein bisschen bohren hier, ne? Also, und zwar nicht mal bei uns. Weil am besten wäre natürlich, dass ich das ganze Material bei uns habe. Keine gleich Idee, mal mit aufwerten. Dann wissen sie gleich, dass sie da nicht weiterkommen. Ups. Das war's. Der Cabin braucht mehr Eisen. Naja, gut. Der hat ja auch gesagt, der muss ab und zu noch ein bisschen poolen gehen. Unten. So, siehst du? Ach, Mensch. Siehst du, ich habe ja auch einen Ölstein. Habe ich jetzt gar nicht mehr draus genommen, ne? Jo, jo, jo. Warte mal. Ich muss schalten. Äh, denn der Cabin hat ja hier auch noch genau haben wir hier letztes Mal hochgekriegt. So. Hierzu drei Gläser. Das ist ja mal... Das ist ja mal ein Witz. Der Cabin braucht mehr. Für die Gesundheit. Was kann das schon mit jedem? So. Ach, Mensch. Siehste. Was verjessen? Äh, Auger Blade. Wir wollen ja noch die Quest abschließen. Haben wir das letzte Mal fertig gemacht, ihr habt. Äh. Ne, die ist ja unten. Ach, ich Idiot. Deswegen sind wir da unterwegs gewesen. Ich brauche doch die Parts. Da fiel's mir wieder ein. Warum wir die ganze Tour auf uns hin noch mal haben. So, da sind wir wieder. Ich habe fertig. Äh, ist immer noch Zeit, Alter. Ich hab jetzt die ganze Zeit schon so ein bisschen gekickt, dass ich das und das mache. Um ein bisschen Zeit zu schinden. Aber irgendwie haut das nicht so ganz hin mit der Zeitschindung. Naja, gut. So, was sagt das? Das ist auch gut. Das ist noch eine Produktion. Dann können wir jetzt noch ein bisschen Schrutzen-Munition, wie gesagt, herstellen. Und dann machen wir los. So, äh, gut. Also, ich würde sagen, erst mal Schrutzen-Munition. Zack. Und Pistol-Munition, weil die müssen ja auch rumballern. Zack. So, was habe ich jetzt noch? Jetzt habe ich das da. Aber ich habe jetzt keine Hü-h-hü-hü-hüsen mehr. Ja, genau. Geschosshüsen. Äh, muss ich nämlich erst mal noch ein bisschen was schmelzen. Das heißt, ich muss mir auch irgendwann mal hier wieder anfangen, hier in den Boden rin zu fräsen. Aber das habe ich auch in der Zwischenzeit schon erzählt. Alter, ich bin hier schon an 30 Minuten hier rumlabern und machen und tun. Und ich komme einfach nicht auf den Grünnenner. Tja. Hab ihn. Find den Fehler. Wer ist denn nicht? Jetzt hätte ich mir aber mehr davon erhofft. Alter, ich habe die ganze Zeit da unten rumgemacht und die Karre ist immer noch voll. Einen, zwei Sachen habe ich ja schon rausgeholt. Ich habe doch alles rausgeholt. Boah, ich... Ich habe das vielleicht ganz vergessen, dass ich das schon leer gemacht habe. Ich habe so lange da unten rumgetourt. Ich war schon... Ach, lass mal. Schwamm drüber. Äh, nee. Immer noch genug Zeit. Es ist noch zu früh. Aber... Gut, das ist dann doch ein bisschen weiter weg. Ich habe ja eigentlich gedacht, dass das hier um die Ecke ist. Gut. Nee, shit drauf. Äh, der niek in die Stadt und verkauft es in die Stadt, wie gesagt. Wir müssen wieder zurück. Äh, das ist die Frage. Hier mal hier will er zurück. Da hier. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich markiere den erst mal. Hier werden wir da zu ihm zurück. Wie gesagt, das durchkämmen und versuchen da, es da rauszuziehen. Hauptsache, der Inventar ist, weil er ja für ein paar Sekunden... dafür hat sich jetzt die Nacht gelohnt. Alter, ich habe die ganze Nacht... äh... sortiert und Sachen gemacht. Das ist krass. Und dann wollte ich das andere machen, aber dann hat das vielleicht gefehlt und dann wollte ich das machen. Dazu kam ich aber nicht, weil das vielleicht gefehlt hat. Ach, Mann. Wie gesagt, wir wollten eigentlich die Serie machen, aber dazu komme ich ja nicht, weil die Parts fehlen. Das patzt mich überhaupt nicht. Das patzt mich überhaupt nicht. Hier. Oh, er hat aufgemacht. Gut, dann werden wir erst mal noch ein paar Staffs verkaufen. Und dann nehmen wir nochmal eine Stadt drin. Äh, wir sind ja schon in der Stadt, aber ich meinte, lupentechnischerweise. Wäre also schön, wenn er das so halt verkaufen würde. Können wir endlich die See, äh, die Quest abschließen. Bap, 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 bap. Schnabel. Hahaha. Ich hab ne anstrengende Nacht hinter mir gehabt. Ja, also. Das Einzige, was ich hören will, ist das Klingeln der Kasse. Ja, will ich gerne hören. Ich wollte mir auch noch Schwarzbüffer herstellen. Aber ich hab weder Nitrat in der Tasche. Das wollte ich eigentlich mitnehmen, aber gut. Nicht mitnehmen, sondern, äh, na, ihr wisst schon. So. Das wollte ich auch noch einschmelzen. Na, ja, gut. Das war ja klar, dass ich wieder den halben Hausrad mitfahre, aber das ist nicht so viel wie sonst. Was, wie jetzt? Es ist nicht mehr so viel wie sonst. Keine Widerworte. Sie kennen mich doch ja nicht. Und meine Inventagen ja nicht. Das ist ein großer Unterschied jetzt. Ein Mordsunterschied. So, äh, das ist eine Bank, da ist sehr unwahrscheinlich, dass wir, äh, die Dinger finden, aber ich kann mal kurz, warten Sie mal, ich muss mal kurz hier Hallo machen. Hallo! Echt, jetzt soll ich mich aufhalten, oder was? Gibt mir meine Zweckschlüsse mit bei Johannese. The Monies! Hallo, gib mir mein Money. Give me the Money! Alter. Der muss jetzt warten. Er ist zu spät. Wir haben geschlossen. Wie ein Geldmangel. Das verschwindet nämlich. Komischerweise. Ey, wisst ihr was? Ich finde das effektiver. Und das Endresultat ist genau dasselbe. Es landet bei mir in dem Inventar. Hallo. So, und eigentlich, wie... Was mache ich denn hier? Ist schon wieder... Ach, ich muss jetzt... Das ist ja nicht, was ich machen wollte. Konzentration! Jut, da werde ich auch so was nicht finden. Ich finde einfach nicht den richtigen Paul an. Da waren wir schon drin. Ich wollte eine Tankstellerin nehmen. Und da mein Glück versuchen. Na denn, Glück auf! Lo, lo, lo. Lo, 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 lo. Oh, ja. Ich wollte jetzt gerade sagen, habe ich es jetzt mitgenommen, aber habe ich es nicht mitgenommen. Tja. Flare beantwortet. So, Water brauche ich nicht. Hallo. Kundschaft. Es kundet mal wieder. Konnitiva. Habe ich schon mal erwähnt, dass Niesen und Brustkorb immer noch nicht so ganz gut ist? Ich hatte die ganze Zeit Ruhe gehabt, aber eh mal Niesen und schon ist wieder Arsch offen, Alter. Oh, Alter. Dit is mies. Da tut es nochmal richtig schön Aua machen. Genau. Dit is the fact I can say. Naja, gut. Naja, und ich hatte ja auch, wie gesagt, die ganze Zeit Ruhe gehabt. Aha. So. Hallo. Hallöchen. Ja, kommen Sie mal kurz hier rum. Quaken Sie mal gegen Opern. Wir müssen zum Geschäft kommen. Denn ich suche nämlich Parts. Ich weiß, es ist die Parts hier nicht, aber da müssen sie jetzt durch. Oh. Eine geheime Lunko. De Bauuntergrund. Jetzt. Hallo, sie. Degen Sie mal ihr Füß. Ich glaube, ihr sagt Füße in ihr Gesicht. Buh. Buh, buh. Ist verschlossen. Es ist zu. Zusehends ist es zu. Sowas aber auch. Ich kann warten. Lass es einfach auf mich zukommen. Zusehends ist es zu. Es kommt auf mich zu. Es ist tot. Ich habe es ja gesagt. Es ist tot. Ein Motor. Ich gehe nicht davon aus, wenn ich das auseinanderschraube. Du kriegst ja bloß Eisen und dann noch nicht mal viel. Da ist mal viel, nichts drin. Harry! Ich bin drin! Halten! Schießen! Gut. Die anledigt. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich den richtigen getroffen habe. Aber anscheinend schon. Hey, jetzt wie... Ich bin hier richtig. Ich brauche mehr Zombies. Ich glaube, der war aber die letzte Waffe, die wir hier vorhin haben. Ist ja durch einen Zombie passiert. Schade. Ich hätte ruhig so weiter gehen können. Aber kann ja noch. Oder? Sieht zwar jetzt nicht gerade danach aus, aber... Ihr sagt. Niemals die Hoffnung fahren lassen. Sonst fährt sie gegen Baum. So. Drucke diese... Knopf. Kaputt. Er ist kaputt. So, warte mal. Und? Natürlich nicht. Warum denn auch? Ich öffne jetzt diesen Tresor. Jetzt sofort. Hab ich doch gesagt. Oh, nochmal ne Schnipper. Aber wir haben schon eh noch Lilla. Dit ist jetzt alles ein bisschen Kot. Ah, toll. War ja, 12 war dit. Oh, hier ist ja noch wat. Dat wird es uns aber nicht weiterbringen, wa? Also wenn ihr in diesem Tempo weiter gehen tut, dann brauchen wir noch mindestens 20 oder 30, äh... Folgen. Ich geh mal hier durch. Wie schon wieder du ist. Schwein, dass wir hier in der Kantine sind. So, äh... Kriegt der wat... Achso, ich wollte grad sagen, kriegt der wat jutet oder... sich erledigt. Na, jute. Machen wir so. Wir spüren uns den Geschmack des Blutes mit. Na, das sag ich die was jetzt nicht. So. Ich frag mich jetzt grad, ist es ja... Ja, doch, ist er. Ich wollte jetzt grad sagen. Aber sonst ist ja hier nischt. Hm, toll. Ist ja mal toll, ist dette. Der sieht nur brauchbar aus. So, gut, dann nehmen wir raus. Obwohl, ja, auch draus einander schrauben, aber, gut. Ach, wie ist's, warte. Warum denn nicht? Jetzt weiß ich, warum nicht. Aber ich brauch ja das Zeug trotzdem. Ich muss ja meinen, äh... Verschleiß der Munition auch irgendwie den Nachträglich irgendwann mal kompensieren. Das muss ja... Irgendwann muss man danach, äh... aufkommen. Warten Sie mal bitte. Das ist korrekt. Das ist auch korrekt. Ist ja voll korrekt hier. Also... In zwei Folgen... Die geht's auf mir nochmal ab. Hintereinander... Haben wir jetzt zwei Parts hiervon. Das ist jetzt nicht so... ...prickelnd. Aber ich würd' mal sagen, ich schließe mich hier ein und hier machen wir morgen weiter, weil wir müssen irgendwie den Lachs hinkriegen. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder selbe Stelle, selbe Welle und wir kriegen schon die Säge hin. Wir kriegen die schon fertig. Dann machen wir ja keinen Kopf. Also, bis dann. Ich bin raus. Tschööö.